Kommen wir zu einem kleinen Vorbereitungsvideo für das Elektronikboard. Hier seht ihr das AZ-SMZ-Mini, was ich eingebaut habe. Für den DICE, das ist ein 32-Bit-Board. Es basiert auf Smoothieware. Die Firmware ist also Smoothieware. Es geht nicht Marlin oder Repetier oder ähnliches. Ihr habt den SD-Karten-Slot und 5 Treiber könnt ihr aufstecken, die ihr frei konfigurieren könnt. Und wie vom RAMS bekannt, D8, D9, D10, die drei Leistungs-Mosfets hat er auch noch. Und ab Version 2.1 hat dieses Board noch einen kleinen Mosfet für einen Fan hier und schaltet auf dem Pin noch was. SD-Karte könnt ihr auch reinstecken. Ich habe jetzt hier eine SanDisk Ultra 32 GB. 32 GB werde ich wahrscheinlich nie voll machen, aber bei Amazon sind die mittlerweile so günstig und der Aufpreis von 16 auf 32 ist so klein und die halten ja ewig. Also kauft euch einfach für 3 Euro mehr die doppelte Größe und ihr könnt diese später immer noch irgendwo anders einbauen oder falls mal was kommt. Die werden ja nicht schlecht. Was müsst ihr beim Kauf von diesem Board beachten? Es gibt zig verschiedene Versionen. Die Dokumentation war ziemlich schlecht. Ich habe die selber im Reprap-Wiki ein bisschen aufgearbeitet, das Wiki angepasst und eine Menge graue Haare verloren. Und diesen Autor CX Andy, ich weiß nicht wie man ihn ausspricht, das ist ein Chinese oder so. Und er spricht super schlecht Englisch, schreibt super schlecht Englisch und verbreitet seine News über seinen Facebook Account. Also wenn ihr auf Facebook nach CX Andy oder AZ SMZ Mini sucht, werdet ihr seinen News Feed, seine Profilseite finden. Da sind jede Menge Infos und Fotos. Allerdings alles ungeordnet, Altes, Neues und selbst ich habe Tage gebraucht da durchzublicken. Wenn ihr das kauft, ihr müsst Version 2.1 kaufen. Ab Version 2.1 sind ein paar Features drin, die definitiv total sinnvoll sind, die eigentlich jedes Board haben sollte. Und die komme ich gleich zu, erkläre das euch. Version 2.1, wenn ihr nicht genau wisst, welche ihr kauft, könnt ihr anhand von Produktfotos herausfinden, ob das 2.1 ist. 2.1 hat hier einen Reset Button, den haben die vorherigen Versionen nicht. Die haben zwei Buttons hier, einen Pause und einen Reset Button oder gar keinen oder diese Leiste hier nicht. Da war dann der Button. Also hier muss ein Reset Button sein. Und hier neben diesen drei Pins ist ein kleiner MOSFET. Dieser kleine MOSFET hier, der schaltet diesen Pin. Der ist auch erst ab Version 2.1 drauf. Noch weitere nette Features ist hier der JP Ethernet, dass die rausgeführt sind. Man kann hier kleine mit halbem Rastermaß, also hier diese 1.25 oder was das ist, kann man hier reinlöten. Dann hat man hier noch Ethernet drauf. Ist mir nicht bekannt, ob das irgendwie funktioniert, habe ich nicht ausprobiert. Ist nur bei Version 2.1 hier der Ethernet Port, hier der MOSFET, der kleine und hier ein Reset Button. Habt ihr da irgendeine andere Config, habt ihr wahrscheinlich eine andere Version. Guckt euch ein bisschen das Layout an. Hier der Spannungswandler und der MOSFET hier, das schwankt hier ein bisschen bei der Version. Also er hat hier Bauteile geschoben. Guckt euch da die Produktfotos an. Version 2.1 müsst ihr haben. MOSFET, Reset und hier die Dinger. Dann könnt ihr das erkennen. Bei mir klebt jetzt hier so ein schöner Kühlkörper drauf. Ich bin für grün, ich hatte den rumliegen. Ihr müsst da nichts draufkleben, ihr könnt da was draufkleben. Schaden tut es bestimmt nicht. Wie funktioniert jetzt das Board? Hier sind die einzelnen Steckerplätze für die Polulu Treiber. Polulu-kompatiblen Treiber ist schon vorgegeben. X, Y, Z, Extruder 1, Extruder 2. Z hat sogar noch eine zweite Stiftreihe, die man hier einlöten kann, wenn man zwei Motoren für Z hat. Brauchen wir alles nicht. Allerdings werden wir die Treiber nicht bei X anfangen einzustecken, sondern erst bei Y und werden quasi alles aufschieben. Machen also X, Y, Z, Extruder. Lassen den ersten frei. Das hat damit zu tun, dass ich ja die Treiber hier passiv kühle und an die Seitenwand meines Dice klebe. Und hier ist dann ein Block und ermöglicht mir den ersten Treiber nicht so gut zu kühlen. Deswegen schiebe ich die alle ein auf. Ihr müsst das nicht, wenn ihr ganz normal eure Treiber drauf steckt mit Kühlkörpern. Dann könnt ihr auch X, Y, Z benutzen, so wie ihr das gewohnt seid. Ich werde allerdings die Firmware zur Verfügung stellen, alle einen weiter aufgeschoben. Ja, dass ihr quasi X, Y, Z und Extruder habt. Alles einen weiter nach rechts. Meine Treiber, die sehen bei mir so aus. Ja, hatte ich schon mal einen Blogpost. Da müsst ihr mal gucken, was es da so gibt. Ich hoffe, die Kamera stellt mal langsam scharf. Ich habe einfach die entsprechenden Pins mit Flachbandkabel verlängert. Auf der anderen Seite habe ich Thermo-Klebepad, Wärmeleit, Klebefolie doppelseitig drauf geklebt. Dazu habe ich vorher mit einer Feile die Rückseite, hier die Lötaugen ganz glatt geschliffen. Und klebe die dann mit dem doppelseitigen Klebeband an die Alu-Wand. Funktioniert super, braucht man nicht kühlen. Alu wird ein bisschen warm, solltet ihr auch, ist ja ein Kühlkörper. Könnt ihr auch so machen, ist wirklich nicht schwer. Ob ich da nochmal ein genaues Video zu mache, weiß ich noch nicht. Müsst ihr gucken. Aber die ganz normalen Treiber reinstecken mit Kühlkörper oben drauf, funktioniert auch noch. Kommen wir weiter im Text. Und zwar gucken wir mal eben. Also wie gesagt, SD-Karte reinschieben. Ihr braucht die SD-Karte auf jeden Fall. Da ist die Firmware drauf und eure Config-Datei drauf. Mache ich im späteren Video. Und für euch wichtig sind, wenn ihr die Treiber rein gesteckt habt, sind wichtig diese Pins. Diese Pins. Der hier. Die Pins machen die Eingangsspannung ungefiltert weiter. Also Ground, VCC in. Das ist jetzt bei uns 24 Volt, wenn ihr das Netzteil benutzt. Und der geschaltete 24 Volt über diesen kleinen MOSFET hier. Also hier hängt ihr euren Druckkühllüfter mit dem Step-Down Wandler. Der kommt hier dran. Den können wir damit ein- und ausschalten. Den Druckkühllüfter. Der Hotend-Lüfter wird immer laufen auf 5 Volt. Den greifen wir hier von hier ab. Das ist eigentlich ein Servo-Pin mit 0, 5 Volt und Servo-Ansteuerung. Greifen wir einfach von 5 Volt an. Dann läuft der Hotend-Lüfter. Wer will, kann sich das noch umschreiben und einen Switch bauen, dass hier der Servo-Schalter schaltet die 5 Volt. Und dann habt ihr hier hinten eure Thermistoren. Da brauchen wir zwei Stück. Und die Endstops, da brauchen wir nur einen, den Z. Wer es noch nicht gesehen hat, der DICE hat nur einen Endstopp. Nur einen Z. X und Y brauchen wir nicht. Wer noch ein bisschen konfigurieren will. Hier hinten seht ihr auf dem Board schön aufgeführt alle Pins. Und hier könnt ihr noch mit Lötjumpern was setzen. Das ist hier quasi welche Spannung an die Endstops gemacht werden. Ihr könnt hier von 5 Volt auf 3,3 Volt umlöten. Das ist, wenn ihr optische Endstops benutzen möchtet, die mit 3,3 Volt nicht funktionieren. Alles andere mit 5 Volt. Müsst ihr selber wissen. Ich habe es auf 5 Volt gelassen. Ich habe nämlich einen stinknormalen Micro-Switch. 5 Volt ist da völlig in Ordnung. Und dann habt ihr hier noch Lötjumper. Und auch super überhaupt nicht erklärt. Das musste ich mir erstmal selber herausfinden. Das bedeutet, wenn ihr Extruder 1, deswegen hier E1, zusätzlich zu Z machen wollt. Dann könnt ihr hier umlöten. Also ihr könnt quasi den Extruder 1 Steckplatz zu Z machen. Dann spiegelt er das Signal von Z. Oder hier könnt ihr euch bei dem letzten aussuchen, ob er das, das ist hier quasi Extruder 2 Steckplatz, ob er das Signal von Extruder 1 spiegeln soll. Dann lötet ihr hier. Oder ob er das Signal von Z, also dem hier, hier hin spiegeln soll. Dann lötet ihr diesen Lötjumper. Wenn ihr hier unten den Lötjumper noch ändert, dann ist euer Servo Pinout mit dem Reset verknüpft. Ihr könnt dann also mit einem externen Schalter hier drauf gehen und den Reset von außen betätigen. Das war's zum SMZ Mini. Guckt euch beim Kaufen an, ob das Version 2.1 ist und der Rest ergibt sich. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. DERR 1 ZAG